So, dann wollen wir mal schauen, was hier bekommen ist. Die Haltung, die ist sehr massiv, auch richtig schwer. Für eine Gewehrhalterung auf einem Stativ. Hier unten sind zwei verschiedene Größen von Stativhalterung. Und hier kann ich das Gewehr mit einklemmen. Okay, das kann ich dann auf Stativ drauf machen, Gewehr einklemmen und habe dann ein optimales Benchrest im Gelände zum Beispiel. Ja. Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.